Ja, bis jetzt. Oh, guck mal, wie immer die sind, die haben so Laser-Visier und so. Hier ist noch ein Katana, falls ihr braucht. Äh, denke ich habens. Äh, so, wo wollen wir zuerst hin? Ja, hat eine M4! Äh, ich würde fast sagen... Äh, so, nein, wir sind nur zu dritts, verdammt. Nichts viert, äh, ja, also. Ja, drei Spieler sind, seit ich gesagt, wir sind 2-2, oder? Also, ich bin dafür, dass wir das rausgehen, die ist ne Jokebox. Ach Gott, Dirk. Ich hab's von vornherein gesagt, dass ich das am besten an dem Spiel finde. Äh, nicht zu mir. Oh, das ist das geilste Lied. Ach, du Schande. Ich hab's von da! Ja, ähm... Wo kann ich denn wieder zurück? Hier. Ich hab' diesen Rad? Hier! Zum Glück haben wir hier die anderen Überlebenden, die uns ein bisschen Deckung geben beim Einfahrer. Ja. Ja, das war ja das letzte Mal das große Problem beim Auto, dass wir nicht wirklich, äh, aufteilen konnten. Wow, Blumerkotze! Daffi! Blumerkotze! Jetzt bin ich schon voll gekotzt. Vielleicht nicht, ob ich nicht mehr mit dem Flieger töte. Ja, gut, äh... Ja, da hinten ist voll masser Treibstoff. Okay, äh, der gewanns Deckung. Jo, wird so noch schnell Adrenalin, jetzt geht's los. Ja, wo, wo? Wo wollt ihr lang? Ja, hauptsache irgendwie durch. Nein! Ich bin frei! Ich hab' auf den Knüßler geschlossen. Ja, du kriegst du das? Alter, ich sterb' hier gleich! Ich hab' hier so'n Zungenviech an mir hängen. Ist jetzt gleich stirbt. Warte mal, Smoker sind das mit den Zungen? Okay. Ja. Jetzt hab' ich'n Jockey auf mir und ich bin... er hat ich hab den Jockey abbekommen und er hat den Charter abtüttelt jetzt bin ich um aber noch die Bordel da ist das so aber kommt noch ein Köln Nööö. Egal, lass uns erst mal zu den anderen überleben. Gehen. Die kann uns ja wieder kontrollieren. Habt ihr den Tank jetzt schon getötet? Ja. Er füllt Du ein. Boah, hier liegen ja Waffen, AK, alles Ja, der ganze Set schon Da liegen sogar Medics, hab ich gar nicht gesehen Der ist ja so ein Defibrillator dahinter Äh, ich hab übrigens nur noch mal 3 gesundert Äh, eine gesundert Äh, ich muss mich mal ganz schnell heilen So, ich wollte dich grad heilen Wo liegen die Medics da, hier? Cool, ich werd schon alles geheilt Schon wieder so ein Zungenvieh Ach Gott So Wo gehen wir jetzt, nur nach links? Äh, ich würd hier drauf gehen, wenn's euch nichts ausmacht Okay Führ uns in die Verdammnis Ja Okay, das kann ich Macht der sowieso Echt kalt, macht der das Ist ja auch ne Jukebox Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Äh, Duck Ja, hier liegt noch ein Schmerzmittel aber Weil ich nen Defibrillator, falls jemand kein Medics dabei hat Kann man das aufheben Äh, hier liegt auch noch nen Defibrillator Ich hab' einen Wauah Nein Züngler Äh Wauah Nein Züngler Äh, hätte kurz mal jemand Zeit Guck'n warum nicht da hinten gleich auf die straße hilfe nein es gibt es auch nicht vor ich habe selbst nur noch acht gesund hat verdammt bleib stehen jaja bleib stehen gut gesagt ich lasse da hinten hingehen, wenn ich sie beziehen kann, ist da gleich hierhin stellen noch so nen Charger ich habe einen Zombie geköpft äh ich bitte übrigens die Leute von Youtube, dass hier... ich habe defi ach du bist ja ganz allein unterwegs ja ja ich habe defi aber es stört uns ja nicht niemanden ja ich kann mir bestimmt zu helfen wenn ich nicht gerade von diesem hässlichen Teil bestreut werde äh boomer kotzer na toll Leute ich komme ich bin voller boomer kotzer ich finde das ist echt sehr... ich bin noch eingestellt wow wir haben ja langsam anfangen die Benzinkarni zu füllen ja ich habe einen ich habe einen ich habe einen wir sind ziemlich am Ende, möchte ich mal gesagt haben ja ich habe den 210 Scheiße äh verdammt wir sollten denen helfen weh angebracht einen kann ich wiederbeleben ich habe auch einen defi dann passt auf wo wart ihr verdammt nochmal ok ok hier ist ein Tank viel Glück es liegt alles das ist ein Diebe WAS verdammt ich bin der absolute Noob in dem Spiel ich sterbe fix hinter dir hinter dir ist eine Ansatz im Rechtsklick NEIN NEIN ich glaube wir haben zu viele Kanister auf einmal angefasst ja das war es dann wohl ja ja auf ein Neues oh oh Backe ich kann nicht glauben das ich kann nicht glauben das ich werde dich nicht verlassen du denkst du er für uns wartet? oh sicher auf ein Neues äh ja packen wirs die Story kennt denn ja unsere Zose jetzt schon anders wärs das wenn wir ziemlich cutten soweits geht hoff ich kann man das irgendwie überspringen oder? ja ich glaube wir können einfach direkt weiter laufen ah ok dann laufen wir direkt weiter sicher ich hab nie wirklich gedacht aber ja ich liebe Dinge ich liebe diese Stände ich weiß ich weiß wir tun das und zurück zum Auto ok wo gehen wir zuerst sind erst in das Haus da wo die alle drin stehen äh im Prinzip überlasse ich das gerne euch dieses Mal aber ich will zuerst mal eine Kalaschnikow genau hier liegen auch noch Medics aber dass die aufsparen es sei denn hier hat noch nichts Very nice und nicht baser mit der Munition sein und dann wir haben ziemlich viel hier und dann besser die Jukebox nicht anmachen wie lockt die Zombies nur an aber da läuft ein kalender Musik hm der Glas ist einfach ok und diesmal direkte Kanister und jetzt jedes Mal die Kanister direkt einfüllen nicht wieder äh Feierabend machen es war aber cool was Stefan da gemacht hat er hat voll viel Knister auf einmal so ist er hergestellt ja das mag schon sein dass das cool gewesen sein mag aber wir sind dadurch gestorben auf eine wesentlich uncoolere Art ach wieso schießen wir eigentlich das Typ mit der Laser visieren kann das auch nicht besser äh ich weiß nicht wo ihr läuft aber ich bin hier oben Gibt's da was cooles? Nein nur ne Pistole ok jetzt lass die zurückbringen ok Deckdruck ist vor ich geh Brückendeckung hier sind wir jetzt gleich bei denen wir brauchen wir brauchen wem ich glaube wir müssen etwas Systeme in unser Spiel reinbringen habt ihr alle Kanister eingefüllt hier dabei oder? ich hatte keine Ahnung ok dann lass dir dann hier gehen wo ist hier? dahin ok lasst erst den Krieg töten Das ist, glaube ich, der absolute Klassiker in allen Horrorfirmen. Wo bist du? Hier. Vor allem besonders gut anzutreffen mitten in der Nacht, stark finster im Wald, wenn es schüttert, bis zum geht nicht mehr. Wo bist du? Hier beim Baum! Einweil. Definitiv. Bin ich dir richtig? Ja. Kommt drauf an, wo du hin willst. Ich halte mich an euch. Ich muss nicht aus. Also, das mal weitzigen. So unlogisch. In allen Filmen wird immer gezeigt, dass man von Tommy gewiss, wird selbst einer wird. Und hier könnt ihr auf dich zuhören und wollen dich schlafen. Ich weiß. Ich gratuliere euch übrigens ganz herzlich zu USK. Denn, äh, ich habe ja im letzten Let's Play schon erwähnt, Dead Island. Das wird in Deutschland nicht erscheinen, zu 100%. Na, habe ich, habe ich auch schon mal gelesen, vorher, dass es wahrscheinlich nicht rauskommt. Äh, hätte ich mal kurz mal, äh, ja. Ich hab wohl, im Sieg, dass ich danach... Also, äh, ich hab schon von, äh, von den, äh, Entwicklern auf der Homepage gelesen, dass das definitiv nicht nach Deutschland kommt. Welt zu brutal und eben, ja. Äh, ja. Ich hab schon jetzt mit überlebenden, AHHHHH! Das, boah! Scheiße, ich bin jetzt nicht stark. Ja, äh... Fliegen zu einer Woomarkotze. Rettet uns! Rettet uns! Wir müssen erstmal den Schnarre... Gib mal Deckung! Äh, hat dir jemand noch mehr als 18 gesondert? Ich hab nur 20. Ich hab 80. Das können sich gleich ändern. Warum gibt er auch den Überlebenden? Äh, ich bin dann ein toter Überlebender. Ja, also ich allein hier gegen den Tank. Was tötet ihr die? Ich kämpfe schon gegen den Tank. Der Tank ist tot. Die Hunde erwähnt haben, dass Derk ist der letzte Überlebende. Ich bin ja im... ...Pro da drin, siehst du? Cool, wa? Bist du einer der mit letzten Überlebenden? Ah, da steht ja noch ein Tank auf dem Leeren hier. Und diesmal haben wir grad mal drei Kanister. Ja. Geht er erstmal hin und holen. Ich hab nur ein... Ich hab nur eine gesungt hat. Äh, ich hatte eine, die gesungt hat. Dafür belebt mich jetzt Alice wieder, den ich gerade belebt habe. Verbandszeug nötig. Der nächste Schlag ist gleich tot. Ein Verbandszeug liegt hier noch. Eins hab ich. Ja, das brauch ich. Nein, Zombies! Hilfe! Nein, hier ist das nicht so tragisch, als Zombies kommen. Ich hab's überlegen. Ja, aber ich bin gleich tot. Ich muss mich heilen. Ach, solange du nicht schwarz-weiß siehst, ist das noch kein... Ich seh schon schwarz-weiß. Ich auch. Ach, okay. Verdammt nochmal. Löt' ich dich. Ah, ich... Oh, deine Pappspur rein, ey. Ja. Warte mal, sind die anderen die Helden aus dem ersten Teil, oder? Ja, das wäre dann natürlich auch ein Let's Play wert, der erste Teil. Allerdings so. Hätten wir den aber vor, vielleicht vor Dead 2 machen müssen. Ja, ich überlege immer auch die ganze Zeit schon. Dass es vielleicht nicht so klug war, dass man mit Dead 2 anfängt. Wenn man die Überlegung hat, dass man den ersten auch noch machen möchte. Hallo. Aber schauen wir mal. Hier oben wohl. Wo gehen wir dann? Jo, um die Netzen könntest du auch. Ah. Könnte nicht einfach so da stehen bleiben. Hier, komm mal her. Hier, komm mal mit. Hier, mitkommen. Ja, eh schauen. Wohin? Ja, hier durch. Geht, hier durch. Guck mal her. Ja. Oh, man. Ich hab übrigens nur noch 8 gesunderte, also... Boah, aufpassen. Pass auf, hier ist irgendwo so ein Boom, war. Oh, nein. Aber nicht in so einen Heus. Der einzige, der noch weniger gesunderte als ich, ist LSG. Ich habe gerade irgendjemand mehr zum Öl gegeben.